Ich bin Ian Weiler, ich bin 15 Jahre alt, ich mache Eis und Schlaf. Ich bin zum Eis und Schlaf gekommen, 2018, als ich mit der Klasse aufs Eis gegangen bin. Meine Klassenkameradin hat dort Eis und Schlaf gemacht. Sie hat mich so fasziniert, dass ich nach Hause gegangen bin und meine Mutter sagte, ich möchte auch mit dem Eis und Schlaf starten. Am meisten gefallen mir die Sprünge. Die Pirouettes sind auch schön, aber die mache ich eher weniger gern. Ich trainiere pro Woche ca. 20 Stunden. Und du machst auch noch die Schule, wie bringst du es dann unter einen Hut? Also es ist eigentlich gar nicht so stressig, es ist nicht schwierig. Im Moment, aber manchmal geht es zwar an Grenzen, aber sonst ist alles okay. Das ist mein Traum. Sicher mal bei der Grossen mitmachen an Olympiaden an Europameisterschaft. Ja, das ist ein grosser Traum. Hartmut, Daniel Schmidt! Was ist das wie, wenn du Quest verschiedenezeit fühlen und schwäch lern? Das ist alles gut. Was ist dieses Heute oder immer mal bei Beleid. Wie könnte diese Plätze erkennbar sein? Es gibt eben eine�ase zu ART diret.